Wir wissen, dass unsere Kunden unser wichtigster Teil unseres Geschäfts sind. Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Daher haben wir von jeher größte Aufmerksamkeit auf Service und Ersatzteilversorgung gelegt. Hier befinden wir uns beim Händler im Kontrollraum, dem Herzstück, wo die vernetzten Maschinen überwacht, diagnostiziert, auf Probleme untersucht und gewartet werden. In der Ernte zählt jede Minute und hier sehe ich eine enorme Chance für uns und unsere Kunden im Kontrollraum. Der Kontrollraum bringt uns einen Schritt näher zu den hervorragenden Services, den wir uns für unsere KSH Kunden wünschen. So können unsere Techniker Informationen von der Maschine im Minutentakt erhalten und so proaktiv mit dem Kunden die Fehlerdiagnose durchführen. Unsere Techniker werden ständig geschult und können so die Stehzeiten während der Saison, während der Erntesaison so kurz wie möglich halten. Aufgrund der übermittelten Daten von der Maschine zum Kontrollraum kann sich der Techniker bereits im Vorfeld auf die Reparatur vorbereiten und so die Auswahlzeit der Maschine so kurz wie möglich zu halten. Das ist der Fokus, auf den unser Augenmerk heute gerechnet ist. Es ist wahrscheinlich die Zukunft für viele von euch. Aber nein, es ist nicht die Vergangenheit, nicht die Zukunft, sondern die Gegenwart. Hier sind wir heute. Hier investiert KSH. Hier setzt KSH voll und ganz auf den Kontenservice und bietet Ferndiagnose mittels Telemetrie, Fernsteuerung im Kontrollraum. Wir haben in Zukunft die Chance, ein noch höheres Niveau an Service und Unterstützung für Ihren Agrarbetrieb anbieten zu können. Wir sind für unsere Kunden da. Ihr KSH Händler. Die Erntefenster werden immer kürzer. Desto wichtiger ist es, einen zuverlässigen Partner in der Nähe zu haben. Diesen haben wir definitiv mit KSH gefunden. Die Ausfallzeiten sind sehr gering. Sollte jedoch etwas brechen, ist in kürzester Zeit Hilfe vor Ort. Denn in der Ernte heißt es, so viel wie möglich in kürzester Zeit zu dreschen und darüber hinaus beste Qualität zu liefern. Unsere Händler überprüfen vor der Saison den Mähdrescher bis ins kleinste Detail. Während der Ernte können wir uns zusätzliche Stehzeiten nicht leisten. Wie man so sagt, isst nach der Ernte, vor der Ernte. Alles, was wir tun, alles was wir entwickeln und einsetzen, ist auf die Zufriedenstellung unserer Kundenbedürfnisse ausgerichtet. Ich bin Landwirt und KSH kümmert sich um den Rest. Und das ist, was wir tun, alles was wir tun. Wir sind in der Ernte, vor 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 der Ernte. Wir sind in der Ernte, vor der Ernte, vor der Ernte, vor der Ernte.